gut dann ich glaube beim wassermagier brauchen wir nix müssten wir zu xadas oder zu dem anderen vogel guck erstmal bei xadas wie ich kann von hier aus nicht hin teleportieren ach ich muss wahrscheinlich erst hier aus der mienhaus aus kann ich zu den wassermagiern teleportieren von hier aus es muss erst aus dieser blöden mine wieder ausdappen ich dachte ich kann mich von hier aus teleportieren na gut dann gehen wir halt erst mal ja so schnell kann man sich täuschen ich dachte wirklich kann mich von hier aus jetzt weg teleportieren ich würde nur mal interessieren mit welcher begründung das nicht gehen sollte mein opfer jetzt hier in der höhle drin sind oder da draußen jetzt vor der hülle stehen ist eigentlich egal sein theoretisch kann natürlich sein dass der große berg dass er das alles blockiert das leiter steigen aus von so eine ewig lange leiter am besten jetzt nur eine verpackte dass wir nicht mehr um uns ankommen aber haben wir auch nur eine einzige erlebt trotzdem bin nicht gebrannt macht von dieser blöden leiter das erste mal in der alten mine dass wir da nicht mehr hochgekommen sind so hier ging es glaube ich raus ne ja huch was macht der auf einmal hier hat er uns was zu sagen hallo suchst du wieder streit bis später warum kann ich den auf einmal hier wieder mitnehmen ich dachte er macht sich bequem bei der mine das habe ich nicht eine interessante auch standard die du da hast stammt sie von dem befreiten orks sklaven in der mine es ist ein orkisches symbol für freundschaft ich will damit die stadt der orks betreten ich hoffe für dich die orks respektieren dieses etwas bis später die hüter des portals kapitel 5 hallo wie ist die lage alles ruhig es kann nicht mehr lange so lange wie immer selber schwarz bis später gut dann werden wir uns doch erstmal wieder zu den wassermagiern machen müssen in der hoffnung dass ich dann jetzt die rüstung abholen kann ne person chinesin nicht teleport und tschüss magis gut mögest ja die wollen alle nicht mit mir reden ist gut die haben alle nichts sinnvolles zu sagen dann werden wir unser glück jetzt nochmal bei wolf probieren ich hoffe sehr dass es jetzt soweit ist hier vorne war der glaube ich irgendwo ne ach da steht er ja wie weit bist du mit der rüstung ich habe endlich einen weg gefunden diese üblen panzerplatten aneinander zu befestigen das heißt die rüstung ist fertig ja mann hier ist sie scheint tatsächlich noch härter zu sein als alles was in unserem lager so getragen wird danke du hast was gut bei mir ach ist schon in ordnung ich komme schon auf meine kosten cool wie komme ich an fälle und heute auf dem weg zum neuen lager findest du eidern redford und dregs treiben sich nördlich vom alten lager rum ok das haben wir ja schon so dann wollen wir mal gucken neue rüstung 70 waffen 10 pfeile 80 waffen 15 pfeile ah dafür hat die wesentlich weniger sieht kacke aus hat weniger schutz 15 weniger schutz vor feuer und 15 weniger schutz vor magie aber wir werden ja hauptsächlich obwohl ich trage erstmal die glaube ich ich überlege dass wir mit sowas angefangen haben hier gut dass ich diese ganzen buttler gedöns gar nicht erst getragen habe es werden noch weniger so dann wollen wir uns mal teleportieren zu xadas teleport dämonenbeschwörer ach funktioniert ich muss noch nicht fragen wie man nachher wieder runterkommt ich hoffe sehr dass er jetzt unser nächster Anspruchsrechtspartner ist und nicht der komische Urschack dann haben wir ein Problem oh da steht er moin und was gibt's neues ich suche magisches wissen hm alter feuerregen genau auf sowas habe ich gewartet ja super der hat monster schrumpfen in der tasche skelette beschwören golem beschwören dämonen beschwören armee der finsternis beschwören boah ich denke mal ein feuerregen sollte schicken so was verklopfen wir den waffen würde ich mal sagen haben wir ja genug die ganzen orc dinge ein steinbrecher heben wir mal auf ist sicher ja oh schon zu viele einmal 10 erz in der tasche ja und somit besitzen wir den feuerregen so dann wollen wir mal hier wieder bisschen umpacken na na pyrokinese war ja jetzt nicht so für den einzelnen ok aber hier haben wir den feuerregen das sollte wesentlich mehr schaden machen vor allem flächenschade so wir kommen jetzt von diesem vermalledeiten turm wieder runter woher haben wir noch verwandlung für die blutfliege oder so fleischwanze nein es hilft mir auch nicht weiter einmal save game wir könnten uns jetzt wirklich runter backen aber ich will mich eigentlich gar nicht jetzt so runter backen theoretisch könnten wir das aber das hat hier schon fast was von cheaten hier stürzt man nur in den tod immer derselbe murks wo ist denn überhaupt diese blöde orkstadt ja wo gehen wir jetzt hin gehen wir in den sumpf teleportieren wir uns vom sumpf aus dahin oder ach das war jetzt doof wie kommen wir denn jetzt hier am besten weg packt weg packt weg aber ich glaube wenn wir hier richtung wasser springen da sind wir vorhin schon mal oder das letzte mal schon mal gestorben ich habe gelesen dass man da eigentlich reinhüppen kann aber dem war nicht so reinhüppen ja sterben aber auch hier unten war alles zu jetzt hat man gar keine möglichkeit gehabt irgendwie raus zu kommen ich würde echt gerne irgendwie runter kommen gibt es aber auch nichts zu tun was soll es müssen wir halten zum teleportieren gehen wir von die sumpf aus gehen wir von die sumpf aus jetzt müssen wir nur gucken wie man da am besten hinkommen einmal links am wald vorbei dann die erste brücke nehmen und da müssen wir schon fast auf dem weg dahin sein ich ziehe mal die standarde an das vielleicht besser einmal ulumulu einen trank zum flitzen sollten wir auch noch haben ne 2 minuten sprint können wir mal hinlegen kann nicht schaden dann stellt sich nur die frage wo ist diese blöde ork stadt wo müssen wir da genau hin dass wir da irgendwie das ziel erreichen was wir erreichen sollen weil das könnte ich so jetzt auf anhieb nicht sagen da werden wir wohl noch ein bisschen rumgeistern in der gegend aber das werden wir auch noch finden und ich habe das gefühl dass wir so langsam aber sicher richtung finale zu steuern wir haben nicht mehr ich denke mal nicht mehr also viele quests zu erledigen leider obwohl wenn ich mich recht entsinne so ein paar sachen haben wir dann doch noch ein paar sachen waren da doch noch so hier ging es glaube ich dann gleich links rum Richtung ork gebiet ja genau hier flitzen wir da mal hoch sprechen nochmal mit urschak dem was vielleicht nur irgendwas ganz tolles erzählt oder auch nicht so knappe 30 sekunden sprint haben wir noch das hat sich doch gelohnt das wäre mir jetzt gerade mal auf der hälfte der strecke jeden moment müsste der trank aufhören ich habe nämlich auf die uhr geguckt ich glaube zehn sekunden haben wir noch und dann ist trank weg ist der trank verdaut siehst du da ist es schon soweit ach ja ich hoffe die orks lassen uns jetzt wirklich in Ruhe mit diesem ulumulu mit ulumulu müssten wir eigentlich auf respekt von den orks haben ja wo ist urschak 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 wo bist du äh urschak verschollen was war das gerade für ein schalter sicherheitshalber ihr wisst bescheid so tut sich nischt nischt tut sich da oder ist im turm irgendein geheimgang aufgegangen nö was soll dann dieser schalter und wo ist urschak hin der kann ja einfach weg sein was ist das da für ein turm na gut dann müssen wir wahrscheinlich doch direkt zum schläfer tempel selber das rausgefunden haben so oder so wo ist denn die blöde orksstadt überhaupt da über die brücke wird es wohl nicht sein oder wohl doch könnte sein wenn wir hier über die brücke gehen dann müsste man da eine ecke da irgendwas rauskommt wo der orksfriedhof war ich weiß nicht ob da ein stück weiter auch die orksstadt gewesen ist das werden wir da jetzt gleich mal rausfinden aber hier hat uns ja ein orks ach du kacke ja mit dem ding bestimmt nicht ja mit dem ding bestimmt nicht oh scheißviele hallo ja Was ist denn? Greift mich einfach an. Ohne Sinn und Verstand. Na, kommt her. Was für eklige Viecher. Sieht aus wie so ein komischer Pavia. Na oder so gehäutete. So, einer weg. Was? Sie müssen Viecher immer so viel abholen müssen. So. So viel dazu. So, jetzt vermute ich mal diese Sichtung. Ah, ne, eben nicht. Shit. Ach, da hinten ist... Ich hab ne Vermutung. Ja, 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 doch, doch, ich hab ne Vermutung. Das, was ich mir grad ins Auge geschlossen hatte, das war dieses komische Bergkastell, wo wir schon mal waren. Wo wir einen von den Fokussteinen geholt haben. Da brauchen wir ja jetzt nicht unbedingt noch mal hin. Aber ich habe da grad auf der Karte was anderes entdeckt, was es eventuell sein könnte. Mich wundert nur, wo Urschakeln ist. Da verschwindet doch nicht einfach von hier. Das Blöde ist alles schon so lange her, dass ich mich wirklich kaum dran erinnern kann. Taucht da irgendwo anders nochmal auf? Weiß nicht. Weiß ich, weiß ich nicht. Ich werde jetzt nur mal gucken nochmal bei der Karte, ob das wirklich die Orgstadt ist, was ich da eben gesehen hab. Und dann muss ich auch langsam wieder eine kleine Aufnahmepause machen. Die Zeit läuft mir heute nur so davon. Ich weiß auch nicht. Ich musste jetzt wieder mal ein bisschen in Vorproduktion gehen, damit ich überhaupt genug Folgen habe. Ja, ist immer so ne Geschichte. Schichtarbeit und... So was, so Projekte wie hier, das ist natürlich hart. Ich könnte natürlich auch die Folgen jeweils auf ne Viertelstunde verkürzen. Da hätte ich aber wesentlich mehr Material. Aber irgendwie finde ich eine Viertelstunde bisschen mau. Ich hoffe, 20 Minuten passt euch ganz in den Kram. 20 Minuten ist nicht zu kurz. Nicht zu lang. Meiner Meinung nach. Auf dem Weg zur Orgstadt bin ich auch richtig. Jo. Was soll ich dazu noch groß sagen? Lasset uns beten, dass ich richtig liege. تى und wann... Wir wollen einen L сб Scientists... ...處ir.